Bitte! Hier, sag! Hier, sag! Hier, was? Sag, hier! Was hier? Sag! Immer nie! Das ist schön! Lass mal das Kind erzählen! Schreib nur Zeit auf! Das L wurde gelöst! Du bist der Haus! Du gehst noch ein bisschen auf den Haus! Lass doch das arme Kind, Mensch! Das war doch niedlich! Lass doch mal das Kind aus! Lass doch das arme Kind, Mensch! Das will doch auch mal! Das ist doch noch früher am Abend! Lass das doch erzählen, Mensch! Scheiß die Wand an! Ach Martin! Du schwitzt aber auch wie ein Tinker heute! Ja, was ist los hier? Hallo! Du hast dich besonders wütend! Ey, pass auf ey! Ey, hier ist Achtmuch! Hallo! Seckrecht bei dir? Wie geht's euch? Ja, wunderbar! Was kann man für dich tun? Ey, warte! Ich muss grad Rutko schreiten! Warte kurz! Ich hab Kundschaft! Was ist denn Rutko? Döneran hat er wahrscheinlich... Wollen die Knoblauchsoße? Ja! Okay! Okay, ich bin fertig! So, jetzt erzähl mal deinen Witz! Dann hast du da! Hallo! 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 Ich hab' gehört, du bist Wachmann! Ja, ich bin Wachmann! Ey, cool, Alter! Ich auch! Cool! Wunderbar! Tschüss! Bewaffen! Bewachen! Scheiße! Aber was haben wir denn jetzt schon? Wir müssen ja die Lutschpuppe doch auflösen! Das interessiert keinen Schwein, Martin! Was ist los? Schönen guten Tag! Hier ist der 104 wieder mal! Ja, wunderbar! Was ist das? Pass auf! Ich soll jetzt lösen! Hier, Cortison-Max! Erzähl mal! Ja! Das erste Buchstabe ist ein L, der letzte eine E! King Belo! Next Hardcore! Ja, ja! Ich bin schon wieder da! Nee, weil ich Kreislauf habe! Ich hab' etwas zu saufen hier! Ich hab' schon wieder Kreislauf! Nein, wir können nicht trinken! Ich kann doch auch! Ey, du hast ganz schön zugenommen, wa? Hallo! Wollt ihr dem, warum läuft! Wir haben ja verliebt bisher! Also, ey! 30 Kilometer! Ja, quasi! Ja, quasi! Das ist so geil! Tja, vorbei! Neische Ding! Ja, sehr angenehm! Bitte. Bin ich drauf? Ja, Ateschi hier. Ich habe einen Witz aus einem neuen Live-Programm. Wie witzig. Er lief wirklich so im Fernsehen. Und zwar geht in der Familie im Wald spazieren. Kommt plötzlich ein Räuber um die Ecke und sagt, alle Hände hoch und her mit den Wertsachen. Sagt das Kind, das da weiß, oder die Tochter besser, die Oma auch, der Räuber dann. Gute Kamera herauf. Aber witzig war er. Er war witzig. Du kannst ja nicht mit dem Witz den Witz beendet. Ja, ich kenne ihn aber nicht. Ich wollte ihn vielleicht hören. Ruf doch mal an. Oh mein Gott. Bingo. Ja, 50 Euro für dich oder ein Käppi. Bleibt da mal. Das gibt es übrigens möglicherweise nächstes Mal. Wären wir hier... Nächste Woche wird richtig... Nächste Woche wird richtig... Was war los? Wir werden euch heute mal zeigen, wie es richtig geht. Nächste Woche wird richtig was verlost bei uns. Wir haben mal richtig Schuhkartons. Ganz kurz, ja, beiseite. Wir werden nächste Woche, der absolute Wahnsinn. Nächste Woche... Halt. Was? Ja. Nee, Kinder kann ich nicht leiden. Ja, bitte. Lass doch mal, Martin, wir müssen was zum Thema sagen. Ja, bleibt aber kurz dran, wir müssen kurz was diskutieren. Warte mal kurz. Nächste Woche, der absolute Wahnsinn. Ja. Ihr kennt ja, auf Scheiße hoch neun, werden ja immer Sachen verlost, die ja nicht da sind. Und wir haben die Oberpakete. Bei uns. Das sind wirklich so... Nächste Woche, der absolut... Nee, nicht nächste Woche, in drei Wochen ist ja die nächste Sendung. Darf ich nicht vergessen. Ja, in drei Wochen erst, ja. Wir haben drei Wochen jetzt, äh, äh, ähm... Die nächste Woche ist... Die Sendung... Die nächste Woche ist in drei Sendungen. Na also. Die nächste Sendung ist in drei Wochen. So viel zugeguckt, kann man ja nicht sein, wie man die Scheiße mitmachen muss. Aber interessiert's doch nicht. Ja, ich weiß. So, Moment, wer ist jetzt hier dran, hallo, wer ist dran, kriegt der Namen dann? Na also, geht doch. So, Kampfhund. So, also, ich wollte erstmal grüßen. Ich wollte den Teschi grüßen. Ja, grüß mal. Ich wollte den Heli grüßen. Ich wollte den, ähm, den 104 Kiloman grüßen. Dann wollte ich den Siegfried von Xanten grüßen. Der grüßt ja mehr als wieder. Ach so, ja, und, ähm, da... Hallo, Bela, bist du noch da? Ja, mach fertig. Bela stirbt gerade. Nee, Bela stirbt nicht, der ist ganz fit. Ich hab Kreislauf. Dann wollte ich dir den Jakob, hey Jakob, hallo Jakob, Jakob grüß ich. Lass dir den Döner gut schmecken. Hey, nicht mich auflegen, hallo. Hier wird nicht aufgelegt. Pass auf, der Hitze. Na jetzt aber, jetzt erst recht. So, und jetzt noch was anderes. Für die ganzen Hackfressen, die heute Geburtstag haben, weil ich's ja versprochen habe, den Forum. Ja, hätte da gleich los, nerv ne. Alle, die jetzt zum Geburtstag, alle, die ins Forum geschrieben haben, Tschüssikowski. So, was ist los hier? Hallo? Hallo. Na, also Heter, mit dem Heter. Ja, war's hier so ein Harten, sonst komm ich rum, nur ein Knaller. Nur eine Kurzversion, ich hab keine Zeit, andere wollen auch noch sprechen hier. Ey, ich bin hier King-Arsch-Fick-Nachfolger, ich wollt' dir auch mal anrufen. Nicht auflegen, lass mal, lass mal, lass mal, bitte komm. Komm schon, komm schon. Ich hab eure ganzen, ganzen Sachen gesehen bei YouTube, ey, ich bin Überfan von euch. Ist doch der Knaller, oder? Ja. Das ist das Schärfste, was jemand im deutschen Fernsehen kam. Der ist jetzt, Alter, der King-Arsch-Fick, ey. Ja, ist das euer Freund, oder was? Das ist der Herr Schärfste. Der hat dann mal auf der Straße getroffen, der wollte sich da irgendwann verkloppen, oder irgendwas. Er wollte auf dem Blumenbeet, wollte er mit Belor schöne Sachen machen. Oh, was soll der Schärfste auch lachen? Oh, die bescheuert, oder was? Habt ihr noch alle Häs gefressen? Ja, bitte. So, Velo, kall hier nochmal. Ja, Mann, ey, ja, warte denn. Ich hab'n Witz. Was passiert einer Frau, wenn sie in die Kellertammer runterfällt? Die Aufgabenstellung ist schon wieder so geil. Kann ich mir mit hochbringen. Nochmal, nochmal, was? Es passiert nichts, wenn ihr die Kasten hier mit hochbringt. Bist du dir eigentlich gefallen? Ey, gegen den Wort kann ich runterreiten. Mann, 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 Mann. So, erzähl mal, was war der Zweite? Ja, hab ich da schon erzählt, aber... Den Wort kann ich auch auflösen. Ja, mach das doch einfach. Ja, was denn jetzt hier? Kommst du klar, oder was? Hackfresse. Du, Spuppe. Nein, ist falsch. Schreib mal ein anderes Wort in dir. Nimm mal Bruttosozialprodukt. Schreib mit L an. Ja, ja, ist ja, ja, machen wir neu. Machen wir neu, machen wir... Luttosozialprodukt. Komm mal her. Warten hin, ne? Na, na, Anfang. Ja, aber, aber, was ist denn... Wissst du doch, wissst du doch? Ja, ist jetzt... Ja, Mann, geh mir nicht auf den Sack, geht da gleich los hier. Du kannst doch, du musst den Knopf drücken. Nein, ich muss keinen Knopf drücken hier. Bist du bescheuert, oder was? Warte mal, Hackfrey. So, hier. Wie redest du denn... Ja, ich komm, ich komm doch gleich zu dir. So, hier, das wird neu gesucht jetzt hier. Warte mal, ich mach dir laut. So, was ist los hier? Hey, hey, Pedro, ey, was steht denn auf dem Shirt? Ja, kann ich dir zeigen, ja. Rans oben. Wollt. Komm mal ran. Ne, was steht denn das, äh, I love Hakenkreuz, oder was? Ach so, jetzt kann ich lesen. Wie würdet ihr denn... Okay, ey, ich wollte mal politisch werden. Also, ich hab heute in der BZ gelesen. Pass auf. Äh, es soll zurück nach nächsten, ja. Können wir leider nicht... Ich hab zwar drüber gelacht, aber darf man nicht... Geht leider nicht. So, hallo, hier, ja, bitte? Ja, da ist schreckt dagegen. Ja, hallo? Hackfresser. Ach, du bist doch eine Lesbe, wa? Du bist doch ein Beschippt46. Ey, du quatschst mit meiner Tochter und legst einfach den Hörer auf. Siehste, hab ich dir da gesagt, Martin, du kannst es doch nicht machen. Ach, du kennst die auch noch. Tanja? Dann hast du ja schön ins eigene Fleisch reingeschnitten. Tanja, so, so. Ja, ist doch nur Spaß bei uns jetzt. Also, ich hab wieder aufgeliehen. Nein, das ist jetzt uninteressant. Ist ja jetzt hier... Hahaha, schon der Nächste. Martin, Martin, war da nicht. Ich brauche ein bisschen Haarfrisur heute im Moment. Ja, möchtest du ein Stück Papier haben? Nee. Ja. So, jetzt machen wir mal, äh, komm, wir gehen jetzt einfach. Nee, nee, komm. Dann haben wir noch 15 Minuten Leerloch. 50 Minuten Leerloch. Ich? Ja, ich, ja, ich. Wer ist denn da, ich? Ja, Michel Santos, gute Abend. Gute Abend. Sehr gut. Mahabba, er gibt mir einen Brot. Ja. Inti, inti khatta. Mahalabar, chumaz, kumaz, kumaz, chumaz, 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 chumaz. Ey, ganz neues Thema hier angeschnitten hier. Ja, erzähl mal, erzähl mal. Ja, erzähl mal, erzähl mal. Also, ich hab den neulich getroffen in dem kleinen Krummein, die miese Kanackenschweine. Wie redest du denn? Alter, lass doch mal loben, lass doch mal loben. Nein, aber ich darf es nicht sagen. Nein, nein, komm, nein, komm, nein. Okay, ich nimm's zurück. Also, ich nehme das krummbein, die müse Scheißkattage-Schweiz zurück. Seid ihr wahnsinnig? Die Meinung... Das ist doch geil. Die Meinung... Warte, wir müssen das ganz kurz sagen. Alter, also, ja. Die Meinung der Anrufer muss nicht zwangsweise, in dem Fall nicht, mit denen der Sendefahrende übereinstimmen. Genau, übereinstimmen. Ja, weil Max ist verantwortlich. Ja, bitte. Nee, nee. Wer ist denn Max? Chinesen eigentlich immer und überall. Warum? Nochmal bitte Wiederholung. Warum lächeln die Chinesen eigentlich immer und überall? Das ist ja nicht schlecht. Und warum? Das ist doch klar, bei denen steht die Mauer noch. Geiles Ding. Wunderbar, du hast fast Fattierwon. Doch, von Max weißt du. Der Greg war da. Der Greg war da. Ich steil dich durch. Warte mal, hier müssen wir auch... Wer war das eigentlich? War das Peschi? Nee, das war... Das hat sich angehört wie Peschi. Nee, da hat sich natürlich... Mora mit... Bitte. Hey. Chinese mit einer Mauer. Was ist denn? Gib dir mal einen Türken. Warte mal. Ja, ich bin mal einen Türken. Ja, ich hab schon lange nicht mehr gesehen. Ey, Bela, du alte Drecksler, Alter. Fick mich richtig, du Drecksler, Alter. Ey, wenn ich dich mal irgendwann erwische, Alter, dann gibt's frisch Schläge, du. Ja, dann muss man an Lichterfelde kommen, hier. Ey, Alter Schwede, Alter. 45. Komm mal her. Komm vorbei. Jetzt sag mal. 45. Huchst dich, glaube ich, du hast. 45. Kicken die Kamera weg mit dir reden, oder was? Ich bin ja nicht auf der Erde, Alter. Warte, komm doch vorbei. 45, Lichterfelde, du Türke. Tschüssi. Tschüssi. Warte mal, ist noch was? Warte mal, warte mal, liegt man schon auf? Nö, ich kenne doch nicht auf, der liegt schon auf. Hast du aufgelegt? Nein, ich hab den Hörer noch festgehalten. Was ist denn? Das geht wirklich jetzt. Oh, Frank. Jetzt ist auch keine Pause mehr. Die rufen jetzt hintereinander an. Genau wie ich prophezeit habe. Wo haben wir die Nummer her? Das ist einfach diese extrem gute Resonanz. Die Resonanz will uns machen. Schöne T-Shirt in die Fresse hier. Ja, bitte. Das wird es alle gleich wissen. Mit dem einsamen Kreuz hier. Hey, hier, Selbstmordserkan. Selbstmordserkan. SS. Selbstmordserkan. SS. Hallo. Ja, hallo. Selbstmordserkan. Ich hab die fünfte Klasse endlich geschafft. Ja, hallo. Hey, wunderbar. Selbstmordserkan. Hey, wir machen alle Feuer, Alter. Ich hab Dönner geschenkt, alle meine Familie. Selbstmordserkan. Du bist ein Kamerat. Du bist Kamerat. Selbstmordserkan.